Ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Gibt es da einen anderen? Du hast ein Schätzchen. Wie kommst du denn auf sowas? Das ist doch absurd. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein Gefühl. Hase, du weißt doch, dass es neben Papa nur einen Mann in meinem Leben gibt. Und das bist du. Ich habe das hier in der Küche gefunden. Wofür ist denn das? Das ist für uns Bärchen. Ich dachte, wir probieren mal was Neues aus. Ach so. Und das? Ein Kollege. Und das? Oh, es ging ihm nicht so gut. Seine Frau hat ihn verlassen. Und das? Und seine Mutter ist gleichzeitig gestorben. Am selben Tag. Hase, der Arme war völlig fertig. Und er? Ach Hase, ich weiß gar nicht, was das ganze Theater soll. Du know what he melden. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.